Wir sind durch fast 27 Länder gefahren und haben 39.000 Kilometer hinter uns gebracht und sind geflogen mit der Fähre, Auto. Wir haben alles gemacht, was man machen kann und haben sehr spannende Menschen und Länder kennengelernt, die für uns zum Teil sehr überraschend waren, sehr lehrreich und wir hoffen sehr, dass wir dies vermitteln können auf spannende und interessante Art und Weise. Sie können das erleben, indem Sie über GetBuff App umsonst runtergeladen Augmented Reality sich viele dieser Geschichten anschauen können, sowohl die Interviews wie auch Bilder zu den Ländern, zu den Architekturen, zu den Landschaften etc.